Sie haben sich richtig entschieden, liebe Zuschauer. Dieses Spiel dürfen Sie nicht verpassen. Und damit hallo und herzlich willkommen von uns beiden Wolf Fuss und Frank Buschmann. Heute heißt es SVW in Wiesbaden gegen den FC St. Pauli. Und da sehen wir, mit welchem Personal die Heimmannschaft heute ins Spiel geht. Klassisch sieht das aus, Ihre Formation heute. Innovativ ist es im ersten Schritt mal nicht, dieses 4-4-2. Bedeutet aber nicht, dass es nicht erfolgreich sein kann. Schauen wir mal kurz auf die Startformation des Auswärtsteams. Sie treten hier heute in einem 4-5-1 an. Setzen also mutmaßlich vor allem auf Ihr Mittelfeld. Darüber wollen Sie Dominanz ausstrahlen. Ist nicht leicht, gegen so eine Mannschaft zu spielen. Denn die haben offensiv natürlich viele Optionen. Das ist nicht leicht, gegen so eine Mannschaft zu spielen. Ansgar von Hauenstein ist heute der Unparteiische in dieser Begegnung. Beide Mannschaften sind bereit, es geht los. Das könnte der Gelegenheit werden. Jetzt haben Sie den Ball. Können Sie... Schießt er ihn rein. Klasse Einsatz, hätte sonst gefährlich werden können. Und den Ball hat er sich geholt. Das könnte gefährlich werden. Das war wichtig, dass er da an den Ball kommt. Sebastian Mrozza. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Einwurf. Sebastian Mrozza. Partie ist unterbrochen, es gibt Einwurf. Knoll. Gut den Körper eingesetzt. Knoll. Awevor. Er passt ihn auf den Flügel. Gut Baller. Sie wollen den Gegner laufen lassen. Guter Seitenwechsel. Da können Sie erst mal klären. Aus diesem Einwurf könnte jetzt eine Chance entstehen. Dutziak. Buchtmann. Jetzt könnte der Pass kommen. Gute Flanke. Aus dem Schuss wird keine richtige Chance. Dafür ist er einfach zu hoch. Kuhn. Sebastian Mrozza. Kuhn. Möller. Das könnte die Chance werden. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen. Flum. Dutziak. Neudecker. Neudecker. Buballa. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Sie wollen klären, aber der ist noch... Johannes Flum. Oh, dem müssen Sie jetzt abhaken. Ja. Kein guter Kopfball. Harmlos. Julis Schwardoff. Sebastian Mrozza. Jetzt könnte es gefährlich werden. Jetzt ist der Ball dort auf weg. Cool aufgepasst und verteidigt. Buchtmann. Alagui. Ja, da ist Platz jetzt. Und jetzt ein Schuss. Ja, das ist dann doch harmlos. Ja, sowas müssen Sie konsequenter spielen. Ein guter Doppelpass. Da ist der Ball weg. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Sebastian Mrozza. Kuhn. Alagui. Buchtmann. Deli. Wird's jetzt gefährlich. Die Pässe jetzt. Der Ball läuft gut. Sie verfallen nicht in Hektik. Warten auf die Lücke. Warten auf die Chance. Er hat den Ball. Wird da was draus? Da holt er den Ball zurück. Kuhn. Ja, ja. Ohne große Mühe den Ball abgefangen. Jules Schwardoff. Sie haben den Ball. Flum. Er übernimmt jetzt Verantwortung. Lässt sich weit zurückfallen. Fordert den Ball. Sebastian Mrozza. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Das könnte der Gelegenheit werden. Neudecker. Weg ist der Ball. Guter Ball nach draußen. Da trennt er ihn vom Ball. Chance erstmal vorbei. Der Spieler ist dazwischen gegangen. Jetzt wird es gefährlich. Unauffallsam. Zielreiß. Das ist ein Foul. Und der Schiedsrichter pfeift das auch. Ja, da können sie nicht entscheidend klären. Macht er ihn. Junge, war das knapp. Ja, da können sie jetzt durchatmen da hinten. Da waren sie doch noch zur Stelle. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Klasse Einsatz. 0-0 zur Pause. Bisher kein Team mit entscheidenden Vorteilen in dieser Partie. Mit dem Unentschieden geht es jetzt also erstmal in die Pause. Ja, der Spielstand geht so in Ordnung, Wolf. Für die zweite Hälfte wünsche ich mir aber, dass da etwas mehr Initiative kommt. Durchgang 2 hat begonnen. Jetzt müssen sie aufpassen. Den spielt er wieder zurück. Wird das jetzt gefährlich? Jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen. Gibt es jetzt die Gelegenheit? Defensiv machen sie es gut. Flum. Knoll. Er passt auf und holt sich im Mittelfeld den Ball. Julis Schwardoff. Wird das seine Torchance? Und da ist der Ball wieder weg. Sebastian Mrozza. Das könnte gefährlich werden. Ball schon wieder weg. Gut gemacht. Möller. Da passt er super auf und hat den Ball. Knoll. Buchtmann. Der lieb. Das könnte die Chance werden. Sehr guter Einsatz. Buchtmann. Nein, kein Tor. Schöner platzierter Ball, aber am Ende eben doch kein Treffer. Gleich wird hier ausgewechselt. Buchtmann. Knoll. Der Freistoß. Klare Sache. Jetzt wird es den Wechsel geben. Klasse Einsatz. Da blockt er den Freistoß ab. So Bota. Klasse Tickling. Kuhn. Schönfels. Jetzt könnte es gefährlich werden. Klasse Tickling. Jetzt haben sie den Ball verloren. Wichtig, dass er hier an den Ball kommt. So Bota. Sebastian Mrozza. Kuhn. Gut den Körper eingesetzt. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. So Bota. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Die Defensive steht. Einwurf. Und jetzt wollen sie wechseln. Flum. Flum. Da hat dann doch eine ganze Menge gefehlt. Das war kein guter Versuch. Das hat man deutlich gesehen. Der hat ja kaum was gestimmt. Bei der nächsten Unterbrechung wird gewechselt. Sebastian Mrozza. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Wird es jetzt gefährlich. Gutes Tickling. Simon Brandstetter. Julius Schwardorf. Schönfels. Schöne Aktion. Kubala. Flum. Er passt ihn auf den Flügel. Der Ball auf außen wird abgefangen. Sebastian Mrozza. Da müssen sie aufpassen. Jetzt müssen sie aufpassen. Knoll. Keine Tore bisher. Es steht 0 zu 0. Da hatten wir uns doch ein bisschen mehr erhofft. Aber vielleicht gibt es ja jetzt noch das späte Tor in den letzten. Schiedsrichter entscheidet auf Freistoß. Jetzt kommt hier der Wechsel. Da können sie erst mal klären. Buchtmann. Das ist gut. Sie unterstützen den ballführenden Spieler. Da kommt der Schuss. Naja, das ist natürlich dann doch harmlos. Er versucht es mit dem platzierten Ball. Ist aber nicht platziert. Kuhn. Sebastian Mrozza. Abwehr hat aufgepasst. Es gibt drei Minuten oben drauf. Flum. Und die Möglichkeit hat er gut unterbunden. Gutes Stellungsspiel. So kommt er an den Ball. Jetzt wird es gefährlich. Klasse Einsatz. Aber kommt er auch an den Ball. Schön fällt. Der Schiedsrichter beendet. Die zweite Hälfte. Wir haben keinen Sieger. Es geht los. Die Verlängerung läuft. Schön fällt. Das könnte gefährlich werden. Defensiv machen Sie es gut. Das ist gut. Flum. Und hier wird es Einwurf geben. Buchtmann. Sauber vom Ball getrennt hier. Da stand der Assistent gut. Abseits. Ballverlust. Das könnte die Chance werden. Das gibt Einwurf. So Bota. Der Angriff sah gut aus. Aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Simon Brandstetter. Wird das seine Torchance? Da ist die Flanke. Schön fällt. Sebastian Brozza. Da läuft der Ball. Ich weiß gar nicht, wie viel der Ballkontakt das jetzt schon ist. Sie haben wirklich Geduld. Weg ist der Ball. Was packt der unparteiische drauf. Zwei Minuten. Ja, gut gemacht. Die Flanke kommt. Die Flanke kommt. Sie geben Gas, wollen die Führung erzwingen, aber nicht in dieser Szene. Durchgang 1 der Verlängerung ist damit durch. Geht dann gleich auch direkt weiter mit der zweiten Hälfte. Jetzt läuft die zweite Hälfte in dieser Verlängerung. Schön fällt. Das könnte der Gelegenheit werden. Kuhn. Und da verlieren sie den Ball. Schön geklärt. Die Defensive steht. So Bota. Diamantakos. Schön fällt. Jetzt könnte es gefährlich werden. Abgefangen. Gut gemacht. So Bota. Knoll. Flumm. Schöne Aktion. Und nun ein Schuss. Wir werden heute mit Toren nicht gerade verwöhnt. Endlich der erste Treffer. Und die Freude ist natürlich riesengroß. Schauen Sie sich diesen Jubel an. Ah, ärgerlich. Er fälscht den Ball ins eigene Tor ab. Aber Wolf, das kann passieren. Das muss er jetzt abschütteln und sich weiter konzentrieren. Okay. Dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. So. Da hätten wir also das 1 zu 0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Schön fällt. Jetzt sind es noch 6 Minuten in der Verlängerung. Sebastian Mruzza. Die Fans geben nicht auf. Sie geben nach wie vor alles. Aber jetzt muss der Funke natürlich auch auf die Mannschaft überspringen. Die muss jetzt nochmal kommen. Sauber vom Ball getrennt hier. Ja, mit viel Übersicht. Jetzt ist er durch. Gute Chance. Der Schuss war nicht gut. Kein Problem für ihn. Sie führen zwar, aber wenn sie nach dieser Ecke treffen, würde das sicher noch mehr Ruhe reinbringen. Die Ecke kommt rein. Nee, kein guter Kopfball. War ungefährlich, klar. Na, da hat einiges gefehlt. Das Foul wird natürlich abgepfiffen. Das Foul wird natürlich abgepfiffen. Drei Minuten Nachspielzeit wird es hier geben. Wird es hier nochmal gefährlich. Sie wollen unbedingt den Ausgleich. Das macht er gut. Sie versuchen es flach. Und so wird das nix. Den hält der Torwart natürlich. Das war Ehing, aber er hat ihn. Die Verlängerung ist vorbei. Der Schiedsrichter pfeift ab. Und da hat er wird noch deshalb mehr funktioniert. Der Schiedsrichter zu sprechen. Iím rotte, denn der Schiedsrichter liegt. Herr Schleifacher. Untertitelung des ZDF, 2020